BR 2018 Sie ist in Blitzkiste! Ich werde ihn anhalten! Oh nein, oh nein, oh nein! Die Leuchte zerbricht ganz bestimmt und dann gibt es keine Lichtshow! Wo jetzt lang? Wo jetzt lang? Los! Du wurdest gelobt! Was ist passiert? War zu wenig Käse auf der Pizza? Zu viel Käse auf der Pizza? Es ist bestimmt was mit dem Käse, oder nicht? Da, in der Kiste! Ist da unsere Leuchte? Hä? Was? Halt an, Flip! Da ist eine Glühbirne in deiner Pizzakiste! Oh nein, da ist keiner! Glühbirnen gehören nicht auf Pizzas! So knusprig! Ich erledige das! Oh nein! Ich komme zu spät! Das Denkkontrollgerät hat den Wachtmeister schon erwischt! Ich muss ihn da rausholen! Ich kann nicht rein! Was mache ich jetzt? Was wird denn jetzt? Ricky, wir helfen dir! Hör zu Leute! Alle zusammen! Flitzt los! Und sucht nach einem Weg hinein! Ich überprüfe das da! So genau! Da gibt es ein Dachfenster! Wenn ich da durchkäme, könnte ich den Türmotor reparieren! Gute Idee, DJ! Polizeibeifball, die sind dabei! Hintereinander aufstellen! Auf! Zugcamp! Zoom auf DJ! Z effect, DJ! Subcamp! Zoom auf DJ! rez MX-Z Noch ein bisschen mehr. Geschafft! Jetzt lass mich runter. Langsam. Die Zoom-Camp schickt mir keine Bilder. Es ist zu dunkel. Dann setzen wir mein Supervisier und meine Klangantenne ein. Komm schon, Flugboot. Steu! Ich kann es nicht steuern. Es reagiert nicht. Aber irgendetwas muss das Boot doch steuern. Piep, 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 piep. Was ist das da? Ich weiß nicht. Es hat da drüben gelegen. Sieht damit nicht wie ein Roboter aus? Das ist die Fernsteuerung für das Flugboot. Sie ist sicher auf die Paket gefallen. Was ist das Flugboot? Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber es ist super. Ich lass mich nicht spielen. Ich lass mich nicht ausbrechen. Jetzt müssen wir es wirklich ausbremsen. Ich weiß nicht. Ich lass mich nicht spielen. Ich lass mich nicht spielen. Ich lass mich nicht spielen. George, dreh eine Kurve! Wie mache ich das? Ah, so mache ich das. DJ, Bereitheiten zum Tod auffangen. Ich bin bereit. Oh, nein, tot! Sie ist auf der Riesenpizza. Ricky, ich sitze fest. Hilf mir. Nicht bewegen. Vergiss die Fernsteuerung. Ich habe euch nur vorgespielt, dass ihr mich steuert. Wie Muffelklunk in dem Film. Aber jetzt sitze ich fest. Ist zu gut, Tut. Ich bin hier. Ich helfe dir. Wir helfen alle. Ja. Du kannst auf die Bike-Buddy zählen, Tut. Komm jetzt runter, Tut. Ganz langsam und vorsichtig. Ich habe Angst. Ich kann nicht. Wir sind direkt hier und helfen dir, Tut. Und dann gibt es endlich Pizza. Loops. Was? Die Pizzeria ist doch gleich hier. Ich kann das nicht. Doch, kannst du, Tut. Mit dem Gerät? Ich meine, mit deinem großen Bruder, der dir hilft. Kannst du alles schaffen. Dreh deine Räder. Also gut. Dann los. Komm schon. Der erste Sprung. Ja. Muss ich nicht. Gut. Da auf die Olive. Alles in Ordnung? Ich denke schon. Na komm. Du schaffst das. Super. Sehr gut. Weiter so. Schön langsam tut. No. Es ist scheinbar. No. Ja. Du bist fast fertig. Nur noch eine Fahrt nach. Du musst ans andere Ende der Stadt. Ich denke nicht, dass wir es dieses Mal schaffen. Wer fällt ein? Das ist der schnellste Weg. Du bist ein Matschbeikblüb. Du kannst sowas doch im Schlaf. Denk dran, was dein Vater gesagt hat. Siehst du Stolpersteine auf dem Weg? Da kommt die Pizza nicht zu spät. Ganz ruhig. Gute Pizzas. Lippe Pizzas. Bitte fang nicht runter. Ich hab's nicht. Warte. Nein. Je mehr du übst, desto besser wirst du werden. Du kannst das blicken. Ich schaffe es. Siehst du mich? Ich kann es. Ja. Wurde ja Zeit, dass ihr endlich auftaucht. Ratet, wer einen neuen Rekord aufgestellt hat? Oh, halt. Guck. pickedy. Queech. Awesome. Äh, äh, سpannestyl awesome. Du kommst niemals an mir vorbei, Steel Awesome. Ich bin der Bösewicht. Ähm, nur kennst du doch nicht meinen... Steel Sturmwind Ninja Bike. Dein Steel Sturmwind ist zu stark, glaub ich hinwürdig. Er hat mich besiegt, nur weiß ich nicht wie... Wie geht's gut? Oh nein, tot! Wow, jetzt könnte ich aber wirklich Hilfe brauchen. Hilf mir, Rikki! Tut! Mir reicht's! Ist Zeit, los zu suchen! Tauchen! Spoiler raus! Supersicht! Bin bereit! Halt sie durch! Beheil dich, Rikki! Ich hab mich tut! Es geht abwärts! Fest machen! Juhu! Togencheck! Spoiler raus! Supersicht! Bin bereit! Togenzieht! Togencheck! Das ist sie. Zeit zum Summe! Rettungskarten! Los! Ich komme zu dir, Desha! Ich bin froh, dich zu sehen, Cousin. Ich werde dich runterlassen. Bist du sicher, du weißt, wie das geht? Das kann ich doch im Schlaf. Ich glaube, du bist mein Lieblings-Cousin. Bye, Buddies, los! DJ, bye! Rikki, du musst mir zeigen, wie du das machst. Es ist mega cool. Ich glaube, dass nur Rikki so was kann, oder? Ein Hurra für meinen Fusser! Hoorra! Ja! Du bist voll schnell! Und du auch! Los, Rikki! Los, Däscher! Los, Rikki! Du bist schneller, als ich dachte! Na dann, los, Rettungsbike. Wie lautet der Plan? Alle für einen und Bikes für alle! Haha! Super Idee, DJ! So hält das Netz ganz bestimmt. Jetzt geh in Position, bis ich das Zeichen gebe. Ah! Jetzt wird Blipp gerettet. Und los, der Sohn! Keine Angst, Blipp. Wir werden dir helfen. Die Scootbabs suchen nur noch Dreck. Vielleicht können wir sie ablenken. So, Cam, los! Super Sache! Jetzt kommt Teil 3. Die Dreckablenkung. Nun, Dreck frei! Na endlich! Ich darf alles unendlich packen. Du kannst den Plan halten, Blipp. Sie jagen dich nicht mehr! Sie jagen mich! Oh! Ah! Ah! Gut gemacht! Lock es in Snips! Ja! Warten! Warten! Jetzt! Ja! Zoomtastisch! Ähm, oh nein, sie, sie bewegen sich ja immer noch. Ähm, Rettungsbalk, ich glaube, sie füttern das Netz als Nacht...